Das sind 400 Gramm. Also, wenn ich die aufesse, Bro, dann bin ich auf jeden Fall 10 Kilo schwerer. Sag mir, wofür all dieses Cash und die Cloud, wenn ich am Ende allein kipp? Und wofür Bags sammeln, Dicker, wenn ich allein kipp? Wait, irgendwas war falsch mit dem Lyrics. Oh, I bet she wants! Das ist toll. Das ist Runde 1. Du bekommst zwei Anweisungen nach deinem Gerät. Beantworte sie einfach, wie du willst. Deine Antworten oder Antreten und jeder will seinen Favoriten. Du erhält Punkte basierend auf dem Prozentsatz der Person, die deine Antwort bevorzugen. Alter, ich hab mich so erschrocken. Hallo, Elliot. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Ich hab mich so erschrocken. Oh, nein!